Was meinen Ihre Ergebnisse heute? Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Rennen. Es war von Anfang an ein gutes Rennen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte von Beginn an einen guten Rhythmus laufen und bin dann mit Platz 5 zufrieden. Was für eine Taktik haben Sie heute gehabt? Schnell laufen. Wie waren Ihre Ski heute? Ja, ich hatte sehr, sehr gutes und schnelles Material und von dem her war ich sehr zufrieden und es hat riesig Spaß gemacht. Tolle Stimmung, Atmosphäre war gut und ich laufe immer gerne in Lachty. Wie gefällt es Ihnen hier in Lachty? Ja, super. Es macht Spaß zu laufen. Ich glaube, ich war jetzt elf oder zwölf Mal schon hier und nächstes Jahr noch einmal, das letzte Mal und dann ist Schluss. Dankeschön. Bitteschön. 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 Bitteschön.